Boah, Junge, Alter, Herr Müller, Junge, der kriegst ja so... Hi! Hi! Alles gut? Ja, das ist ja Julian, der ist so... Julian! Julian! Holte auch mal, ja? Von dir nichts, aber von deinem hässlichen Rutschverkauf. Lass mich in Ruhe! Weiß, was da witziger ist? Was? Daniel! Was wollt ihr von mir? Warum machst du das, Daniel? Was ist mit ihr von mir? Was geht mit mir? Was geht mit mir? Daniel! 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 Wie fandet ihr den Wandertag eigentlich? Total langweilig! Ja, ich wäre auch lieber schwimmen gegangen oder so dann... ja... Daniel, komm! Daniel, komm! Ich hab da echt keinen Bock mehr. Ich geh jetzt! Überleg, warum die alle weg sind. Ich hab keine Ahnung. Ja. Habe ich schon nichts mit zu tun oder was? Julian? Ja, was war mit dem gewesen? Pausenhalle! Ja, da war doch nichts. Ja, da war doch nichts. Ja, am Anfang haben wir mitgelacht. War doch auch lustig. Hast du auch mitgelacht? Er hat sich wehgetan. Er ist eine längere Zeit nicht mehr in der Schule gewesen, ne? Und, äh... Vor allen Dingen... Dieses Video, was so nett drum geht... Was für ein Video. Was für ein Video. Alle hier haben es schon gesehen. Du guckst dir einfach zu Hause an, dann... Mach das mal, ne? Ich bin halt noch weg geworden. Wir. Junge, was war das für eine Kacke, Elitam? Ach so, was ist denn da drin? Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das war wie in der ganzen Sache mit Julian. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich glaube, dass Julian das lustig hat, hat er aber nicht. Daniel? Ja? Willst du rauskommen? Nein. Komm, Julian, lass mal drüber reden. Komm einfach raus. Komm. Lass dann die Männchen reden. Gut, keinem. Komm, ja. Wie ist es? Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Vielen Dank.